Die hierzu erwerbende vollständig renovierte 4-Zimmer-Terrassen-Wohnung befindet sich in Wiesbaden-Schierstein. Das 3-Etagen-Haus wurde 2005 saniert. Die Wohnung verfügt über 2 Schlafzimmer, 2 Badezimmer, eine Gästetoilette, eine Einbauküche sowie einen Keller. Die Ausstattung entspricht einem gehobenen Standard. Die Wohnfläche der Terrassenwohnung liegt bei ca. 130 Quadratmetern. Der Kaufpreis der Wohnung beläuft sich auf 299.000 Euro. Gern beantworten wir Ihre Fragen. Kontaktieren Sie uns. Untertitelung des ZDF für funk, 2017